Remuru Tempest hat sehr viele overpowerte Fähigkeiten, aber wie viele hat er wirklich? Yo was geht Leute, KingRDBs am Start. In dieser Serie wollen wir herausfinden, wie viele Fähigkeiten Remuru hat. Wenn ihr die anderen 8 Teile noch nicht gesehen habt, dann findet ihr die Links in der Beschreibung. Zur Aufrüstung solltet ihr unbedingt Teil 8 nochmal gucken. Wenn ihr das Geschehen aber noch im Kopf habt, dann könnt ihr dranbleiben. Heute werden wir alle seine neu erlangten Fähigkeiten vom Band 13 der Light Novel betrachten. Das Geschehen zusammenfassen und Statements betrachten, die das Power Scaling in Tensora erklären. Dies soll nicht die Light Novel ersetzen. Unterstützt den offiziellen Release, indem ihr in eurem lokalen Anime Store die Light Novel auf deutsch kauft. Wenn euch die Remuru Videos gefallen und ihr mehr haben wollt, dann verschlingt mit Bells überhaupt den Like Button. 250 Likes sollten wir locker schaffen. Generell könnt ihr mich supporten, wenn ihr Like, Abo und Kommentar da lasst. Vielen Dank. Alle Fähigkeiten von Remuru Tempest erklärt, Teil 9. Let's get it! Ihr kennt es schon, aber hier nochmal darf ich vorstellen, das ist der Remuru Fähigkeiten Counter. Mit dem zählen wir seine Fähigkeiten. Bis jetzt konnten sie schon unglaubliche 205 Fähigkeiten verbuchen. Band 13 erstreckt sich über 4 Kapitel. Dazu kommen noch der Prolog, ein Zwischenkapitel und der Epilog. Insgesamt hat das Band 477 Seiten. Remuru kann mit seinem Skill Nahrungskette die Fähigkeiten seiner Untergebenen nutzen, denen er einen Namen gegeben hat. Dies habe ich bisher nicht als seine eigenen Fähigkeiten mit aufgezählt. Da er aber die Fähigkeiten theoretisch auch nutzen kann, werde ich diese ab jetzt mitzählen. Im 4. Kapitel von Band 12 hatten Yuki und Gadora eine Kriegsbesprechung. Es ging darum, wie sie den Osten stürzen würden. Da Gadora am eigenen Leib erfahren hat, wie stark Tempest ist, will er dem Kaiser den Krieg ausreden. Auf seinem Weg zum Thronsaal wird er aber von Tatsuya Kondo aufgehalten, der eine Waffe auf ihn richtet. Auf einmal wird er von hinten erschossen. Der tot geglaubte Gadora lebt aber noch und befindet sich jetzt in Tempest, wo Erimuru seine Treue geschworen hat. Gadora sprach mit Yuki über diesen Umstand mittels magischer Kommunikation. Er will nicht, dass Yuki dasselbe passiert, weil ihnen etwas an ihm liegt. Sie sprachen sich aus und sind zum Entschluss gekommen, dass sie wissen, wer der Verräter ist. Unmittelbar danach sprach er auch mit Kagari darüber. Währenddessen merkten sie, dass sie beschattet werden von Geheimagenten des Ostens. Beide wissen nun, dass sie nicht mehr so frei handeln können wie vorher. Aus dem Gespräch mit Gadora haben sie geschlussfolgert, dass derjenige, der Gadora angeschossen hat, aus ihren eigenen Reihen kommt. Der Verräter ist... Ein Monat ist schon seit der Kriegsbesprechung vergangen. Rimuru und Benimaru können alle Bewegungen des Ostens wunderbar aus der Kommandozentrale mittels Argos beobachten. Argos ist vereinfacht erklärt eine Satelliten-Spionage-Magie. Mittlerweile haben die Truppen aus dem Osten Jorawald betreten mit ihrer Soldateneinheit, die 700.000 Mann beträgt. Auch sind sie vor Duargon mit 2000 Panzer. Insgesamt sind das 200.000 Mann. Sie sind 30 Kilometer von Tempest und Duargon entfernt und haben ein Lager aufgeschlagen. Zusätzlich haben sie magische Maßnahmen ergriffen, sich verdeckt zu halten. Der Plan ist die 2000 Magie-Panzer als Ablenkung zu nutzen. Sie verschlafen sie erst mit Magie, damit sie unerkannt bleiben und lassen sie den ersten Angriff machen. Wenn dann Rimuru abgelenkt ist und seine Truppen nach Duargon schickt, lassen sie die 700.000 Soldaten in Tempest einmarschieren. Doch dies alles ist unnötig, da Rimuru sie mittels Argos ausspioniert. Der Plan um den Osten zu besiegen ist recht simpel. Sie locken die Pfeile ins Labyrinth, doch können sie sie problemlos besiegen. Tempest hat vor, in diesem Krieg zusammen mit Vargon zu kämpfen. Um die letzten Dinge zu klären, rief Rimuru Gazelle mit einem Kontaktgerät an, was wie ein PC aufgebaut ist. Bei diesem Kontaktgerät gibt es zwei Möglichkeiten der Kommunikation. Mittels Ton oder Bild und Ton. Bei Bild und Ton würde man ungefiltert seine Gedanken mit der Person teilen, so dass die Person sieht, was man denkt, während man spricht. Durch Raphael ist es Rimuru möglich, unnötige Gedanken abzulegen und nur Bilder zu zeigen, die wirklich nötig sind. Das ist sehr hilfreich. Stellt euch vor, ihr würdet gerade mit einem Girl oder Boy reden und die sieht, was ihr wirklich denkt. Das wäre fatal. Gazelle hat sich jedenfalls für das Gespräch mit Rimuru für die Audio Funktion entschieden und Rimuru für Bild und Ton. Sie sprachen sich ab, dass Duvargon für die Verteidigung ihres Königreichs zuständig ist und Tempest den offensiven Part übernimmt. Im Krieg eine klare Befehlskette zu haben ist sehr wichtig, sonst würde nur Chaos herrschen. Daher hat Tempest zum Glück Benimaru. Mit seinem unikken Skill Generalissimo kann er problemlos die besten Strategien für den Krieg aushalten und der Armee Befehle erteilen. Nach dem Gespräch gab Rimuru ein Befehl an Testerossa, dass sie den Osten ein Ultimatum stellen sollen. Frieden oder Krieg? In Duvargon befinden sich 15.000 Soldaten aus Tempest, 12.000 Soldaten des ersten Korps mit Gobuto als Kommandanten und 3.000 Soldaten des dritten Korps mit Gabiro als Kommandanten. Zur Unterstützung sind Ultima und Testerossa auch zugegen, die gerade eine T-Pause abhalten. Nebenbei gesagt ist Testerossa mein Lieblingsfemale Charakter in Tensura. So soll laut Benimaru der erste Angriff aussehen. Die 100 Goblin Reiter angeführt von Gobuta sollen den ersten Angriff machen. Dadurch dass sie so flink sind, können die Panzer nicht so leicht auf sie zielen. Die Panzer sind auf den Rang A einzuordnen. Sie gleichen eine Nuklearmagie, die grausamste Magie die es gibt. Genau weil die 2.000 Panzer so gefährlich sind, dürfen nur die 100 Goblin Reiter angreifen, die auf Rang A- sind. Wenn die anderen 13.900 Goblin mit angreifen würden, wären sie zwar zahlenmäßig mehr, aber würden dem Panzer geschossen zum Opfer fallen, weil sie auf Rang B und dementsprechend nicht so stark sind. Auch der Osten bereitet sich auf den Krieg vor. Generalleutnant Gaster ist die rechte Hand vom Kommandanten namens Caligurio. Gaster erhofft sich durch den Krieg Ruhm und Ehre zu erhalten, damit er der kaiserlichen Garde beitreten kann, die direkt dem König unterstützt sind. Dafür ist dieser Krieg perfekt. Hm, die dummen Monster scheinen noch nicht bemerkt zu haben. Nach wie vor denkt der Osten, dass sie unerkannt geblieben sind. Gaster kann mit seinem unieken Skill Musica anhand von Geräuschen eine Situation analysieren. Mit speziellen Thronwellen kann er auch Befehle erteilen und Schallwellen manipulieren, die die Zellen des Gegners zerstören. Auf einmal änderte sich die Stimmung. Schreckliche und angsteinflößende Töne kamen aus dem Wald. Anmutig kam Testerossa zusammen mit Gobuto auf Ranga angeritten. Testerossa stieg ab und ging auf Gas dazu, bis er vor ihr stand. Mein Name ist Testerossa, Dienerin von den Ehrenwerten Remuru Tempest. Ich bin hier, um euch eine Nachricht von meinem Meister zu übermitteln. Wenn ihr mein Land sofort verlasst, drücke ich ein Auge zu. Wenn ihr allerdings noch tiefer eindringt, kenne ich keinen Erbarmen. So spricht mein Herr. Bevor Gaster reagieren konnte, hob Testerossa ihre Hand, woraufhin eine dünne Feuerwand erschien, die als sie wieder weg war, eine klare Linie hinterließ. Wenn sie diese Linie überschreiten, würde der Krieg beginnen. Gaster war perplex und rasend vor Wut. Heimlich befahl er einen Scharfschützen, Testerossa kalt zu machen. Mit dreifacher Schallgeschwindigkeit schoss er den Fireball ab. Eine Kugel, die einen von innen heraus verbrennt und explodieren lässt. Kurz bevor es Testerossa traf, drehte sie sich um und blockte die Kugel mit dem Zeigefinger. Testerossa drehte sich einfach wieder um und ging zurück. So begann der Krieg. Tempest ist auf die 100. Ebene des Labyrinths teleportiert worden. Übrig blieb nur ein großes Tor, wo die Soldaten des Ostens durchgehen sollen. Benimauru erteilte dann den Befehl, dass die Goblinreiter und Gabirus Truppe angreifen sollen. Während Gobuta am Boden angreift, hilft Gabirus mit seinen Wüfernreitern aus der Luft aus. Ihm wurde von Testerossa geraten, sich ohne Schattenfortbewegung zwischen den Panzern zu bewegen, weil der Osten sich bestimmt, mit Grenzenflächenbarriere vor Angriffen aus einer anderen Dimension schützt. Die Geschosse werden mit 6-facher Schallgeschwindigkeit verschossen, die die Goblinreiter nur mit Mühe ausweichen können. Dies gelingt ihnen, weil Gabirus sie aus der Luft unterstützt. Die Goblinreiter sabotieren die Panzer mit kleinen Flammenkugeln, die Kharis erstellt hat. Sie brachten die Panzer einer nach den anderen zum Platzen. Zusätzlich kamen 100 Luftschiffe vom Osten, angeführt von General-Major Farraga an. Sie machten den Goblins und Eidechsenmenschen das Leben zur Hölle. Sie schossen ihre Geschosse ab, die die Goblins mit ihrem Ultra-Instinkt gerade so auswaschen. Aber der Wald brannte lichterloh. Sie hatten keine Chance und erlitten schon die ersten Verluste. Es ist bisher keiner gestorben, aber verletzt. Auch Gabiru hat es in der Luft schwer. Wenn sie sich den Schiffen nähern, fühlen sie sich schwer an. Sie erleiden auch die ersten Verletzungen durch die magischen Kanonen. Rimuru ist verzweifelt und wollte mit Megiddo einschreiten, aber das wäre keine gute Idee, laut Benimaru und Diablo. Rimuru sollte nicht die Antwort auf alles sein. Die Dämonen müssen selbst Tempest beschützen können. Rimuru lenkte ein und gab nochmal eine Motivationsrede. Sie sollen sich raffen und alles geben. Das war der Zeitpunkt, wo sich der Krieg wendete. Die Motivationsrede von Rimuru hat alle sehr motiviert. Bisher haben alle ihre Kräfte zurückgehalten, damit den Gegner die Munition ausgeht und sie ihre Trümpfe aufspielen. So haben sie gehofft, dass Soldaten, die Rimuru gefährlich werden können, in den Vorschein treten. Kronowa meinte ja im Band 12, dass Rimuru in einer anderen Zeitlinie von einem kaiserlichen Soldaten umgebracht wurde. Gobuta und Co. werden immer noch von allen Seiten beschossen. Wenn eines der Geschosse sie trifft, sterben sie, da die Goblinreiter auf Rang A- sind und die Kanonen auf Rang A. Gabiru entschließt sich dazu, ernst zu wachen und überließ Kubuichi das Kommando. Er und Ranga fusionierten sich dann mittels Dämonenvolle zur Einigung und nahmen die Panzer gnadenlos auseinander. Die mächtigen Granaten machten keinen einzigen Schaden mehr. Er stieß mit seiner Stimmungskanone einen lauten Kampfschrei aus und schoss mittels Dance with the Wolves schneller als der Schall durch die Armee, die sie mit dem bloßen Auge nicht mehr wahrnehmen konnte. Ein schwarzer Sturmwind entstand, der über das Feld pekte. Die Schockwellie, die dabei entstand, war mit dem magischen Effekt Storm of Destruction versehen, wodurch viele Tornados entstanden. So wurde ein Teil des Kampffeldes in Schutt und Asche gelegt. Dasselbe spielte sich auch in der Luft ab. Gabiru bat Ultima darum, dass sie sich mit den Wifanreitern zurückzog, damit er zusammen mit seiner Eliteeinheit die Hiryu ernst machen können. Wenn die Dragoniten ihre Drachenkriegerverwandlung nutzen, können sie sich nur schwer kontrollieren. Deshalb sollten sich die Wifanreiter zurückziehen. Die Hiryu verwandelten sich und sorgten die magische Energie aus der Umgebung auf. Das führte dazu, dass sie doppelt so groß wurden. Die Hiryu sind nun auf den Rang A und Gabiru ist ein starkes Wesen auf Spezialrang A und ist Charakteren wie Kalyon und Frey gleichgestellt. Mit seinem Vortexdruck zerstörte er mit seinem Stab mühelos ein Schiff, die anderen taten sich im Fünferteam zusammen und taten es gleich. Die magischen Angriffe der Luftschiffe gegen sie brachten nichts, da die Hiryu immun gegen Magie sind. Drehen wir die Zeit etwas zurück. Während Gabiru und Gobuta die Armee von vorne konfrontierten, tat das Hakuro mit den restlichen Goblins von hinten. Ihre Aufgabe ist es, die Nachschubtruppen der Magiepanzerdivision zu eliminieren. Sie nahmen eine längere Route und haben über 40 Kilometer zurückgelegt. Sie waren alle außer Puste, weil sie mit Hakuros Geschwindigkeit mithalten mussten. Hakuro hat die Goblins hart trainiert und ihnen die Kampfgeistmethode beigebracht. Dadurch haben sie Skills wie Blitzschritt und Verschwinden gelernt, womit sie sich blitzartig bewegen und verschwinden können. Mittels dem extra Skill Himmelsauge von Hakuro und Telepathie konnten sie sehen, was ihr Kommandant Gobuta alles leistet. Das hat sie natürlich zusätzlich motiviert. Danach hörten sie die Rede von Rimuru und waren alle hochmotiviert. Sie kämpften gegen die Reservetruppen und schützen sich mit Schuppenschilden, die aus karybtisch Schuppen gemacht wurden und immun gegen Magie sind. Dies sind Unique-Items. Die Goblins schlagen sich wacker, da der Osten gut dagegen hält. Sie benutzten die Panzer als Schutzschilde und feuerten ihre Maschinenpistolen ab. Auf einmal regneten es von oben die Feuerbälle von Karis. Ultima und die Vyfan-Reiter sind da und haben eine große Zerstörung angerichtet. Der Kampf entwickelte sich zugunsten von Tempest. Ultima übergab Hakuro die Vyfan-Reiter und verschwand wieder. General Mario Faraga war sehr entsetzt über die derzeitigen Entwicklungen. Das einzige, was sie wussten, ist, dass die Exen zwischen zwei Gestalten wechseln konnten, den Rang B zuzuordnen sind und ein Skill namens Atem benutzen können. Nach ihren Messungen ist Gabiru zehnmal stärker als seine Untergebenen. Da sie noch nicht so viele Schiffe zerstört haben, nutzen sie den Magie-Annulator. Der Magie-Annulator ist eine Waffe, die extra für Veldora konzipiert wurde, um Magie zu annulieren. Das setzen sie jetzt bei den übermächtigen Dragoniten ein. Dies führte dazu, dass der Hero einer nach dem anderen fiel. Auch Gabiru konnte sich nicht mehr bewegen. Faraga und seine Kameraden fanden Gabiru so stark, dass sie ihn für Veldora hielten. Der ganze Sinn hinter diesem Krieg ist es, Veldora zu besiegen, weil er einmal ihre Armee auseinandergenommen hat. Im Glauben, dass sie Veldora dingfest gemacht haben, feierten sie und wollten sich einen Wein gönnen. Auf einmal erscheint Ultima neben Faraga. Dieser fragt sich, wie sie überhaupt reingekommen ist. Zuerst unterschätzten sie sie. Aber als sie die erste Person köpfte, wurde alles sehr schnell ernst. Ultimas Motiv ist es für Informationen zu sammeln. Sie kann den Leuten das Wissen nehmen, indem sie ihre Gehirnwellen abfängt. Sie wollte alles über dieses Schiff und generell über den Osten wissen. Faraga wollte sich als letztes aufsparen, da dieser sehr überheblich zu ihr war. Fröhlich köpfte sie die Offiziere. Sie haben aber Maßnahmen getroffen. Sie setzten die volle Macht des Magie-Annulators auf Ultima ein. Das brachte aber nichts. Dies bewies sie, indem sie sich durch Magie und Luft löste und mit Schallgeschwindigkeit ihr Massaker weiter anrichtete. Sie macht weiter und nutzte diesmal ihre Schockwellen, um Köpfe abzutrennen. Mittlerweile war das Schiff, in dem sie war, in die Höhle verwandelt worden. Die Soldaten gaben aber nicht auf. Sie beschweren mit 50 Mann den hochrangigen Geist, Efreet, da Dämonen schwach gegen solche Wesen sind. Doch ihnen kam eine leise Vorahnung. Ultima lächelte einfach nur und benutzte ihre Elementarmagie Korkytos und der Geist bröckelte in 1000 Stücke. Während des ganzen Massakers spekulierte Faraga, ob Ultima ein Arc Demon wäre, bis zum Ende fand er nicht heraus, wer sie wirklich war. Ist wahrscheinlich auch besser so. Als Ultima fertig mit Sammeln von Informationen war, zerstörte sie das Schiff mit ihrer Attacke Vernichtungsflamme. Bei dieser Attacke beschwert Ultima den Abyssuskern. Dies sind Höllenflammen, die ultimative Magie. Sie ließ die Ausgeburt der Höhle auf Faraga los und es zerstörte nicht nur das Schiff, sondern alle Schiffe, die es gab, durch eine Kettenreaktion. Die Flammen haben den Effekt, dass sie die Seelen verbrennen. Eine wahrlich finstere Fähigkeit. Auch Testarossa setzt sich in Bewegung und greift Generalleutnant Gasta und seine Magiepanzerdivision an. Gasta ist derjenige, mit dem Testarossa zu Anfang verhandelt hat. Testarossa brachte lautlos die Männer von Gasta um. Dieser hat dann versucht mit seiner stärksten Attacke, dem Seelen Requiem, wo er mit mörderischen Schallwellen angreift, sie zu schaden, aber es brachte nichts. Auf einmal trauchten drei Soldaten aus der kaiserlichen Garde auf. Davis Rang 11, Barth Rang 38 und Gordon Rang 34. Je niedriger ihr Rang, desto stärker sind sie. Sie hatten sich als normale Soldaten versteckt gehalten, um Gubuton-Ranga zu besiegen, sahen aber dann die größere Gefahr in Testarossa. Diese drei kanten Testarossa. Vor Urzeiten hat Testarossa auf die Bitte eines Menschen reagiert, der sie beschworen hat. Danach hat sie ein Massaker angerichtet. Diese drei konnten Testarossa dann wieder in die Hölle schicken. Als sie erfuhren, dass sie jetzt einen Namen und physischen Körper hat, verzweifelten sie. Damals, als sie sie besiegten, war sie ein Arc Demon. Jetzt ist sie aber ein Demon Lord. Sie wollen so schnell wie möglich dem König Bericht erstatten. Gasta wurde mittlerweile von Testarossa umgebracht, weil er fliehen wollte. Auch die anderen konnten nicht fliehen, da sie keine Magie wirken konnten. Das lag darin, weil Testarossa die Effekte des Magie-Annulatoros kopiert hat. Um das Ganze nicht weiter hinaus zu zögern, benutzt Testarossa ihre Attacke Todessegen. Ein grelles Licht erscheint. Es ist eine grausame Nuklearmagie, die sich auf die genetische Sequenzierung auswirkt und so die Gegner tötet, indem sie die genetische Struktur ändert. In einem Umkreis von 500 Metern hat sie alle Feinde umgebracht. Davor scanste sie die Umgebung, um sicherzustellen, dass keiner von ihren Kameraden vor Ort ist. Dabei hat sie sich noch zurückgehalten. Normalerweise kann sie die Attacke über mehrere Kilometer anwenden. Ultima und Testarossa haben sich beide sehr zurückgehalten. Ihre neuen Kräfte, die sie dank Rimuru haben, sind übermächtig. Insgesamt sind 200.000 Mann der Magie-Panzersivision und 40.000 Mann der Lufteinheit gestorben. Und die Seelen von ihnen wurden fleißig von den bösen Geistern eingesammelt und Rimuru dargeboten. Außerdem haben sie Exemplare der Luftschiffe und Panzer sichergestellt, damit sie sie in Tempest analysieren können. Garzelle und seine Gefolgsleute berielten sich im Thronseil. Das waren Jane, die Hofzauberin, der Paladin-Admiral, Bern, Dolph, der Anführer der Pegasusritter und Henrietta, die Anführerin der Nachtassassinen. Sie waren alle sehr über die Ereignisse geschockt. Das, was sie sahen, hat alles, was sie über Kriegsführung wussten, über den Kopf geworfen. Auch waren alle sehr geschockt, dass Rimuru vier Urdämone in seiner Armee hat. Das wusste keiner von denen, außer Gazelle. Sie sind zum Schluss gekommen, dass sie sich Tempest-Libanistenfeind machen wollen. Gazelle will diesen Krieg nutzen, um anderen Nationen zu zeigen, was passiert, wenn man sich mit einem Dämonenkönig anlegt. Er ist froh darüber, dass Rimuru nicht die Welt übernehmen, sondern mit den Menschen in Einklang leben will. Nach dem überragenden ersten Sieg vor den Toren Dwargons waren alle in der Kommandozentrale. Baff! Benimaru ärgerte sich sogar ein bisschen. Er hat ihr so große Mühe gegeben, alles zu planen, und im Endeffekt haben Ultima und Testarossa alle im Alleingang besiegt. Nach dem Auftritt von den beiden Bösen Geistern kam auch schon Carrera in die Kommandozentrale reingestürmt und wollte liebend gern mit einer Nukleärmagie die Soldaten beglücken. Benimaru, der mittlerweile die wahre Identität von den vier Bösen Geistern kennt, lehnt aber ab. Carrera solle sich noch etwas gedulden und dann handeln, wenn es sie gesagt wird. Der erste Sieg ist eingefahren, aber die Gefahr ist noch nicht ganz gebannt, da noch am Osttor von Dwargon 60.000 Mann von Yukis Armee stehen. Das ist aber nur zur Schau, weil sie sich mit Yuki zeitweise verbunden haben. Man kann sich bei Yuki aber nie sicher sein. Die Seelen der bisher 240.000 getöteten Männer wurden Rimuru geopfert. Da Rimuru sich schon zu einem wahren Dämonenkönig weiterentwickelt hat, kann er nächstes mit den Seelen anfangen. Achtung! Gegenwärtig ist es möglich Untertan zu erwecken. Qualifiziert dafür sind Ranga, Benimaru, Shion, Gabiru, Gerudo, Diablo, Testarossa, Ultima, Carrera, Kumara, Segyon und Adalman. Da meldete sich auch schon Raphael. Rimuru kann mit 100.000 Seelen seine Kameraden erwachen, doch er wollte damit warten, weil zur Zeit kein guter Zeitpunkt ist, da gerade Krieg herrscht. Kaligurio, der Oberbefehlshaber und seine 700.000 Mann sind zur Zeit in Tempest angekommen. Er und seine Offizieren lachen sich ins Fäustchen, weil Rimuru auf ihr Ablenkungsmanöver reingefallen ist. Sie denken, dass Rimuru seinen Trumpf, Veldora, nach Zwarung geschickt und die Hauptstreitkraft gar nicht bemerkt hat. In Not haben sie dann alle ins Labyrinth zwangsevakuiert. Das denken die östlichen Soldaten. Dass sie nichts mehr von Gaster und Faragai hören, erklären sie damit, dass die hohe magische Konzentration im Welt dafür sorgt, dass ihre Kommunikation gestört wird. So stolz hielten sie nach und nach ins Labyrinth, um es zu plündern. Zwischenzeitlich hatten die 10 Besten des Labyrinths eine Besprechung, die vom Erschaffer Lamiris und König Veldora geleitet wurde. Dort wurden interessante Statements gemacht, z.B. dass Sigion der Stärkste von ihnen ist oder dass Apito die Insektenkönigin findet, dass die Heiligen Ritter von Hinata schwach sind. Als sie erfuhren, dass Rimuru sie beobachten wird, waren alle hoch motiviert. Im Gespräch hat Beretta, als die Abführerin der 10 Besten abgedankt und Gadora die Ehre überlassen, damit sie sich voll und ganz auf Lamiris konzentrieren kann. Gadora übernimmt zusammen mit dem Demon Kolossus die 6. Ebene des Labyrinths. Damit jeder was vom Kuchen abbekommt, teleportiert Lamiris die Soldaten immer auf verschiedenen Ebenen. Es wird so ablaufen, dass die 10 Besten des Labyrinths jeweils einen Schlüssel bekommen. Wenn die Kaiserliche Armee alle Schlüssel gesammelt hat, dürfen sie Veldora herausfordern. Die Kaiserliche Armee verbuchte große Erfolge. Am ersten Tag schicken sie 350.000 Männer rein, die sich dumm und dämlich geplündert haben. Magiekristalle, Schatztruhen, Waffen, iPhones, alles war dabei, wenn sie die Dämonen erschrugen. Doch obwohl sie so viele Männer reingeschickt haben, war das Labyrinth nicht überfüllt. Da sie aber immer noch Kontakt zu den anderen Soldaten haben, denen es gut ging, schickten sie immer mehr Soldaten rein. Am zweiten Tag schickten sie 140.000 Mann rein und am dritten Tag 30.000 Mann. Mittlerweile bricht der Kontakt immer wieder ab, wenn die Soldaten ins Labyrinth gehen. So langsam merkte Caligurio, dass sie vielleicht einen großen Fehler begangen hat. Im Labyrinth hatten es die kaiserlichen Soldaten zunächst einfach, aber je länger sie dort drin waren, desto schwerer wurde es. Zum Beispiel versuchten 70.000 Mann an Adalman bei der 70. Ebene vorbeizukommen. Adalman ist ein Untoter, den man nur durch Seelenangriffe verletzen kann und auf dem Rang Spezial A. Sein Host hier, der Drache, konnte mit seinem Verwesungsatem die Soldaten verwesen lassen. Wurden sie davon getroffen, wurden sie zu Zombies, die Adalman befähigen konnte. Die Ebenen 71 bis 80 wurden von Apithu und ihren Westen bewacht. Eine einzelne Wespe war auch Spezial Rang A. Sie haben die Soldaten ausnahmslos niedergemäht. Die Ebenen 82 bis 90 wurden von Komaras 8 Schwänzen bewacht. Auch sie haben die kaiserlichen Soldaten Feuer unter dem Arsch gemacht. Diese werde ich jetzt kurz vorstellen. Der Affe, der sogenannte White Ape, der über die 82. Ebene herrscht, kann Wind und Geräusche manipulieren und Vakuumklingen verschießen. Der Hase, die Moon Rabbit kann die Gravitation manipulieren und so Himmel und Erde umkehren. Die Ratze, die Black Red verbreitet die schwarze Krankheit, was dazu führt, dass die Soldaten nach wenigen Tagen sterben. Der Tiger, der Thunder Tiger, strahlt mit seiner physischen Stärke. Die Schlange, die Wingsnake, war die Herrscherin der Atmosphäre. Sie konnte den Sauerstoff in der Luft auf Null reduzieren. So schliefen die Soldaten langsam ein und erstickten. Der Schaf, der Sleep Sheep kann seine Gegner mittels Hypnose in den Schlaf schicken. Einmal eingeschlafen wurde man so gleichzeitig ins Jenseits geschickt. Der Vogel, der Firebird, schoss unlöschbare Flammen, die die Soldaten verbrannten. Der Hund, der Mirror Hound, schickte die Soldaten in seine Spiegelwelt. Dort griff er von überall an und machte ihnen das Leben zur Hölle. Natürlich hat Rimuru keine 8 Schwänze. Dennoch denke ich, dass er die einzelnen Skills kopieren kann. Die 90. Ebene bewachte schließlich Kumara. Wenn sie alle 8 Schwänze bei sich hat, entfachte sich ihre wahre Stärke. Gadora, der im Demon Kolossus sitzt, Guzu Mesuru und die Avatare von Rimuru, Veldora, Lamerex und Medium haben auch ihr Umwesen getrieben. Natürlich wäre das Kindlich von Rimuru und Co. zu dieser Zeit des Krieges in ihre Avatare zu schwimmen. Sie haben den Autopiloten angeschmissen. Insgesamt haben die Dämonen in ein Labyrinth bisher 530.000 Soldaten umgebracht. 7 Tage sind bisher vergangen seitdem Caligurio seine Männer reingeschickt hat. Er war gereizt, denn er hatte nichts mehr von seinen Kameraden gehört. Zur Zeit befanden sich ca. 200.000 Mann an der Oberfläche und nun beschloss er die 100 Besten ins Labyrinth zu schicken, um endlich das Labyrinth zu erobern. Die Stärksten der Stärksten betraten nur das Labyrinth. Rimuru und Lamerex sprachen sich auch hier wieder ab. Sie trennten die Soldaten von ihren Oberbefehlshabern namens Miniz. Miniz, der Stärkste von ihnen, schickten sie zu Apithu. Kansas schickten sie zu Kumara, weil Kansas damals ihre Heimat zerstört hat und die restlichen wurden auf die 70. Ebene zu Adalman geschickt. Unter den 100 waren zwei weitere Personen, die Gadora damals unterstellt waren. Das sind Lucius und Raymond. Lucius und Raymond sorgten sich um Mark, Gadora, Shinji und Shin. Im Labyrinth wollten sie nach ihnen suchen, da Yuki meinte, dass sie im Labyrinth verschollen sind. Gadora bewachte die 60. Ebene. Lamerex schickte diese beide aber in die 59. Ebene, weil Rimuru erstmal gucken wollte, was sie so drauf haben. Mit viel mehr kämpften sie sich durch, wo sie dann am Ende auf Gadora, Mark, Shinji und Shin trafen. Lusos und Raymond waren sehr überrascht. Ihre tot geglaubten Kameraden sind am Leben. Auch sie wurden wie bei Shinji, Mark und Shin überredet, Tempest beizutreten. Lusos und Raymond wechselten so die Seiten und sind Gadora unterstellt. Die 96 stärksten Ritter stellten sich Adalman, Albert, den Todesdrachen und den unzähligen Untoten. Am Ende blieben nur noch drei Soldaten aus der kaiserlichen Garde übrig, die Adalman und sein Team besiegen konnten. Deswegen Krishna, der auf Rang 17 ist und Albert besiegen konnte. Krishna tat sich dann mit Reha auf Rang 94 zusammen und sie besiegten Adalman. Diese beiden taten sich dann mit Basan, ein muskulöser Mann auf Rang 35 zusammen und besiegten den Todesdrachen. Kansas hat wie eben gesagt damals das Zuhause der Yoma zerstört und Kumara an Klärmann verkauft. In seiner Heimat wurde er als Held gefeiert, weil sie den Bewohnern gesagt haben, dass die Yoma wahllos Menschen umbringen, was natürlich nicht stimmt. Unbekümmert stolzelt Kansas durch die Domänen von Kumara. Mit seiner Gefahrenerkennung konnte er nichts Auffälliges bemerken. Doch dann traf er auf Kumara, der er sofort erkannte, doch unterschätzte er sie. Kansas konnte mit seinem unikken Skill Plünderer die von ihm getöteten Gegner kontrollieren. Da er damit die Mutter von Kumara tötete, kann er genau wie Kumara die magischen Bestien beschwören. Er beschwert den Affen, Tiger, Schlange, Hase und die Ratze. Kumara hingegen entfützelte auch alle ihre Bestien. Kansas hatte aber die Oberhand, da seine Bestien viel mehr Erfahrung hatten, weil sie ja von seiner mächtigen Mutter stammen. Als der Kampf sich etwas in die Länge zog, zog Kansas die Bestien wieder ein und spielte seinen Trumpf aus. Er beschwörte die Mutter von Kumara, die emotionslos die Bestien von Kumara anschautete. Kumara verlor die Fassung, erinnerte sich aber an ihr Tränen mit Hinata. Sie zog die Bestien wieder ein, die sich wieder in ihre Schwänze verwandeln. Denn sie ist am stärksten, wenn ihre Schwänze bei ihr sind. Sie besiegte ihre Mutter und tötete Kansas mit ihrem neuen Schwanzschlag. Sie zerschnitt ihn in 1000 Stücke. Ich denke nicht, dass Himu den neuen Schwanzschlag mittels Nahrungskette anwenden könnte, da er sich bis jetzt noch nicht in ein Yuma verwandeln kann. Deshalb habe ich das mal nicht als seine Fähigkeit mitgezählt. Bei ihrem stärksten Kämpfer namens Minis läuft es richtig gut. Er konnte ohne Mühe die Wespenarmee, die auf Spezialrang A sind, besiegen. Er traf am Ende auf Apito. Sie hatten einen erbitterten Kampf. Mit seinem uniques Kill-Tyrannn konnte er Kraftwelle erzeugen und so physischen sowie psychischen Druck ausüben. Mittlerweile hat Apito schon sämtliche Gliedmaßen verloren und Minis war von Wunden übersät. Bei ihrem letzten Aufeinanderprall benutzte Apito ihre Trumpfkarte, Nadeln der Königin. Dies sind Giftnadeln, die sie selbst produziert. Deshalb ist es unklar, ob Remro das auch kann. Minis übte während die Nadeln sein Kraftfeld durch dringend enormen Druck auf Apito aus. Sie beide erliegten ihre jeweiligen Angriffe, doch Minis obsiegte. Nach seinem Sieg wurde er von Sigion gerufen, der ihn als würdig sei, gegen ihn zu kämpfen. Er kam in einer Art Warteraum an, wo es frisches Obst und was zu trinken gab. Dort traf er auch auf Krishna und Co. Sie berieten sich, dabei stellten sich einige Sachen heraus. Zum Beispiel, dass keiner der 530.000 Männer noch am Leben ist. Dass Kansas wahrscheinlich tot ist und dass sie alle von Sigion hergerufen worden sind. Am Ende des Wartezimmers war ein 3 Stunden Timer, genau die Zeit die Minis brauchte, um sich komplett zu regenerieren. Als sie 3 Stunden um waren, öffnete sich die Tür. Mit der Elementarmagie Floorlight brachte Reiha Licht ins Dunkelte. Sie erblickten einen Turm aus unzähligen Leichen der Armee. Über ihn meditierte Sigion, der im Lotus-Sitz über die Leichen schwebte. Er strahlte eine dämonische Aura aus, die so heftig war, dass Minis ihn für Rimuru hielt. Als er ihn fragte, ob er Rimuru sei, wurde Sigion wütend. Was dann folgte, war das reinste Massaker. Basano Reha massakerte er sofort. Krishna war verzweifelt. Voller Wut benutzte er seinen Dimensionsschneider. Dieser Angriff schnitt durch jegliche Dimensionen und Verteidigung. Doch Sigion verzerrte den Raum, so dass er Angriff nichts brachte. Bei der Verzerrung des Raumes handelte es sich um Distortion Field. Eine Art von Uriels Abwehr. Stolz verkündete Sigion, dass Lord Rimuru ihm diese Attacke beigebracht hat. Um genau zu sein, war es Raphael. Sigion beherrschte die Attacke genauso gut wie Rimuru, was heißt, dass sie auf Ultimate Skill Niveau ist. Er beendete das Schauspiel mit Dimension Ray. Eine Attacke, die Dimension zerschnitt. Krishna und Minis wurden orgenbildlich besiegt. Ihre Verteidigung wurde einfach umgangen. Rimuru und die anderen in der Kommandozentrale staunten nicht schlecht. In wenigen Minuten besiegte Sigion die übermächtigen Soldaten. Sigion wurde vom Veldora trainiert und kann mit ihm auf Augenhöhe kämpfen. Rimuru übertreibt manchmal, aber das heißt einfach nur, dass er übertrieben stark ist. Er konnte sich zum Beispiel auch mit Ultima, Carrera und Testarossa messen und siegen. Diabolos scheint er auch fast besiegt zu haben. Sigion ist ein übermächtiger Krieger und davon gibt es ein Dutzend in Tempest. Nun müssen noch die 200.000 Mann an der Oberfläche besiegt werden. Zum Einsatz kommen Gerudos Truppe mit 17.000 High Oaks, angeführt von Carrera. Binimaros Truppe mit 30.000 Mann, angeführt von Mumuji und Shion Somiagari sowie ihr Fanclub, die von Daguts Söhnen angeführt werden. Diese belaufen sich auf 10.000 Mann. Es kam auch Hilfe aus dem Ausland. Albis kam mit 20.000 Truppen aus Yurasania. Die genauen Anweisungen von Rimuru und Binimaru waren, dass Carrera den Anfang mit einer Großmagie macht und die Truppen ging den Rest. Außerdem soll sich Diablo um Caligurio kümmern. An der Seite von Rimuru war nur noch Binimaru und alle anderen waren an der Oberfläche oder irgendwo im Labyrinth. Rimuru bekam ein schlechtes Gefühl. Immerzu musste ein klobes Wort denken, dass er in einer anderen Zeitlinie von einem östlichen Soldat umgebracht wurde. Auf einmal kam Masayuki auf ihn zu. Doch nicht er, sondern Bernie, ein Kamerad von Masayuki, entpuppte sich als kaiserlicher Soldat mit einstelligem Rang aus. Doch bevor er Rimuru angreifen konnte, wehrte Binimaru ihn ab. Jiyu, die sich auch als Feit herausstellte, konnte nirgendwo aufgefunden werden. Raphael suchte wie verrückt nach ihr, als schon die nächste Meldung reinkam. Achtung, in der 100. Ebene wurde der Massenmord registriert. Bacchus von den Heiligen Rittern und die Vapire aus Soberis wurden ermordet. Ich habe Notmaßnahmen ergriffen, um ihre Seelen zu schützen. Jiyu hat sehr viele Spezialrang A-Dämonen auf einmal besiegt, ist aber nicht aufzufinden. Doch auf einmal rief Chloe nach Rimuru, der augenblicklich mit Gedankenbeschleunigung die Geschehnisse in Zeitlupe versetzte. Ein schwarzer Blitz schoss auf Rimuru, den er knapp auswisch. Rimuru theoretisierte, dass Jiyu und Berni Ultimate Skills haben. Diese ließ er von Raphael analysieren. Minimaru wird zeitweise von Berni in die Enge getrieben, da er kein Ultimate Skill besitzt. Rein von den Fähigkeiten her ist Chloe Jiyu weit überlegen, aber trotzdem tut sie sich schwer gegen Jiyu, weil sie gut ausweicht und auf fiese Tricks zurückgreift. Zum Beispiel nutzt sie ihren Giftnebel, um Chloe sich zu behindern und jedes Mal wenn Rimuru einschreiten will, griff sie die Hauptstadt an, die Rimuru dann schützen musste. Mittlerweile hat Raphael die Analyse abgeschlossen. Die Ultimate Skills von den beiden sind von jemandem geliehen. Es ermöglicht ihnen einen extremen Vorteil gegen Magie und unique Skills. Da Rimuru sie analysiert hat, sollte er sie auch einsetzen können. Bei Rimuru tat es ihnen gleich und verliebte Nimaru die absolute Abtannung. Dieser besiegte dann kurzerhand Bernie. Chloe benutzte ihren Ultimate Skill Jogs Hot Hot, stoppte die Zeit und besiegte Jiyu. Als sie es zum ersten Mal gegen Jiyu einsetzte, klappte es nicht. Mein zweites Mal aber hatten sie Hilfe von Raphael, der sie mit den Berechnungen geholfen und welteres Energie beigesteuert hat. Doch zu ihren Bedauern haben Jiyu und Bernie dank der Wiederbelebungsanreife überlebt. Diese trugen sie an den beiden, damit es nicht auffällig ist. Da kann man nichts machen. Als sie wieder in der Kommandezentrale angekommen sind, kamen Sui und Treni zusammen mit einem gefangen genommenen Laplace an. Es stellte sich heraus, dass Treni gegen Laplace zehn Tage lang gekämpft hat, weil er in den Jura-Wald eindringen wollte. Dabei hatte er nur eine wichtige Nachricht an Rimuru, das wollten Treni und Sui ihnen aber nicht abkaufen. Die Nachricht war, dass Gadora denkt, dass Damrada ihn umgelegt hat. Da Damrada, Jiyu und Bernie an Yukis schützenden Masayuki verkuppelt hat, ist Yuki davon ausgegangen, dass die beiden vielleicht andere Motive hatten. Laplace wollte also Rimuru vor Jiyu und Bernie warnen. Treni und Sui entschuldigten sich aufrichtig. Rimuru konnte aber verstehen, dass sie ihm nicht getraut haben. Laplace wirkt einfach nicht vertrauenswürdig. Caliguria hatte noch etwas Hoffnung und auch dann kehrte Misha von der Baki-Panzer-Division zurück. Sie ist eine Führungskraft, den Kiberos und Yuki unterstellt. Sie gab Caliguria die bittere Pille. Die Magie-Panzer-Division sowie die Luftschiffe wurden allesamt zerstört. Sie setzt aber noch einen drauf. Der Dämon, gegen den sie gekämpft haben, war nicht Veldora, sondern ein Untertan von Rimuru. Caliguria realisierte in dem Moment seine Dummheit. Veldora befindet sich ganz in der Nähe und wurde nicht besiegt. Spätestens jetzt beriff er seiner Nahrheit. Doch er hatte noch Hoffnung, dass Miniz zurückkommt. Vergebens. In dem Moment kam Krishna zurück und berüchtete über die fatale Niederlage im Labyrinth. Auch Bernie und Ju kamen und erklärten, dass sie eben besiegt wurden. Sofort befiel Caliguria den sofortigen Rückzug. Ju und Bernie konnten abhauen, aber für die anderen war es zu spät. Agera, der Diener von Carrera, kam ins Kommandozelt und stellte ihnen ein Ultimatum. Er gebt euch und werdet Sklaven oder sterbt. Ihr habt eine Stunde. Mittlerweile hat sich die Armee aus Tempest versammelt. Am vordersten Front stehen Gerudo und im Himmel Carrera. Gerudo muss sich keine Sorgen machen. Mit seinem Unique Skill Feinschmecker kann er kleinere Verletzungen von seinen Kameraden heilen. Größere Verletzungen können mit den Heiltränken geheilt werden, die in seinem Magen gelagert sind. Noch nicht mal eine Stunde ist vergangen und die 200.000 Männer griffen an. Carrera, die schon ungeduldig am warten war, hatte ihren Auftritt. Auch sie erschuf ein Nabisskern und benutzte die schreckliche Nuklearmagie Gravitationskollaps. Beim Gravitationskollaps wurde die Höllenflamme komprimiert und eine Super Gravitation erzeugt. Man kann sich das als künstliches schwarzes Loch vorstellen, das die Gravitationsfelder des Planeten durcheinander brachte. Es erzeugt ein örtlich begrenztes Super Gravitationsfeld und zünderückt jeden, der im Einflussbereich des superkomprimierten Raums ist. Alle Energie wurde auf einen Punkt konzentriert und als sie detonierte, anstatt eine kleine Supernova. Hätte Carrera sich nicht zurückgehalten, wäre der ganze Jurawald dem Erdboden gleichgemacht worden. Die Attack umfasste sämtliche magische und physikalische Phänomene und wies alle elementaren Eigenschaften auf, so dass keiner überlebte. So massakerte Carrera. 180.000 Soldaten. Die restlichen Soldaten wurden von den anderen besiegt. Dabei benutzte Shion ihren Skill furchteinflößender Ehrgeiz, um ihre Truppen zu sterben. Diablo steht derweil vor Caligurio, der in große Verzweiflung versank, als er sah, dass Diablo, Bendy und Jiuos Leichen im Schlepptau hatte. Diablo benutze seinen Skill Weltende, um die übrigen Offiziere die Seele zu berauben. Aus der tiefen Verzweiflung heraus entwickelte sich Caligurio weiter. Er erwachte und wurde so stark wie ein Heiliger, die auf dem Level von Drachenarten sind. Da aber Caligurio zu wenig Erfahrung mit seinen neuen Kräften hat, verlor er kläglich gegen Diablo. Nach einem zehntätigen Krieg hat Tempest die 940.000 Soldaten des Ostens gnadenlos besiegt. Caligurio schlug auf einmal die Augen auf. Er erblickte wundersamerweise Krishna. Ist sie nicht gestorben? Dasselbe dachte er sich auch, als er Jiuo und Biani erblickte. Verschwommen erkannte er ein junges, hübsches Mädchen, was seinen Kameraden, sobald sie ihre Hand über sie legte, wiederbelebte. Er traute seinen Augen nicht. Als das Mädchen dann einige aus der Führungskriege wiederbelebt hat, erklärte Rimuru ihnen die Situation. Er hatte sie wiederbelebt, damit sie seine Hand langer werden. Außerdem wollte er verhindern, dass die Familien der Soldaten einen Hass gegen Tempest hegen. Seit dem Tod von Shion und ihrer Yumigari hat Raphael die Seele weitestgehend erforscht. Die Seele bestand aus einer Substanz namens Datenpartikel. Indem man sie regulierte, konnte man limitiert über Leben und Tod entscheiden. Menschliche Seelen haben viel Energie. Rimuru Gabinen Anwesenden gleich viel Energie. Doch sie unterschieden sich darin, wie gut sie damit umgehen können. Dies zeigt sich in Form von Skills. Die Informationen, die in die Seele angrabriert wurden, wurden zur Quelle aller Kräfte. Dann gibt es noch den Herzkern, was ein eigenes Ego besitzt. Dieses Ego ist das Sein eines Individuums, seine Persönlichkeit. Rimuru hatte aber deren Seelen entfernt. Um sie wieder zu beleben, benutzte er eine Ersatzseele, die sogenannte Pseudoseele. Caligurio und die anderen guckten Rimuru gespannt zu. Rimuru belebte dann die 700.000 Soldaten mit seiner Magie Circuit Birthday und Gehalbkunst der Seelenverleihung wieder zum Leben. Die Menschen, bei denen die Leichen nicht auffindbar waren, konnten nicht wiederbelebt werden. Um Mörder wie Kanzas hat er nicht wiederbelebt. Der ganze Prozess dauerte einen Tag und eine Nacht. Währenddessen sind Caligurio, Jiu, Bernie und alle anderen auf die Knie gefallen und beteten Rimuru an. Er ist buchstäblich zu ihrem Gott geworden. Da ihre richtigen Seelen bei Rimuru waren, können sie nicht mehr ihre alten Skills benutzen. Außerdem hat sie Rimuru mit einem Fluch belegt, so dass sie nie wieder Tempest angreifen können. Rimuru Tempest wurden alle Seelen dargeboten. Automatisch hat sie Raphael analysiert. Dies bedeutet, dass Rimuru alle Fähigkeiten von den kaiserlichen Soldaten hat. Oh mein Gott. Das wären Musiker, Fireball, Seelen Requiem, Gefahrenerkennung, Plünderer, Tyrann, Floorlight, Dimensionsschneider, Schwarzer Blitz und Giftnebel. Rimuru Tempest hat wieder mal eine stattliche Anzahl von Fähigkeiten dazu bekommen. Insgesamt sind wir jetzt bei 255 Fähigkeiten. Wie viele Fähigkeiten er wohl noch hat? Das war's mit alle Fähigkeiten von Rimuru Tempest erklärt, Part 9. Wenn ihr ein paar Zehen haben wollt, dann spendet ruhig in die Kommentare, weil das ist das einzige, was mich motivieren wird, noch ein paar Zehen rauszuhauen, weil ich muss mich erstmal von diesem Prachtstück hier erholen. Okay? Zwei Wochen lang habe ich durchgearbeitet. Ich bin heute, wo ich das jetzt gerade aufnehme, ich bin um 8 Uhr aufgestanden und wir haben 20.50 Uhr und ich habe durchgearbeitet. Natürlich ein paar Pausen, ich bin ja kein Roboter. Aber ansonsten, ich habe richtig durchgeackert. Hier haben wir das Bandchen hier. Band 14. Wenn ihr das haben wollt, wenn ihr ein paar Zehen haben wollt, in naher Zukunft. Ah! Spendet mir ein bisschen was, ja? Ein super Thanks, ne? In die Kommentare. Da möchte ich mich ein bisschen freuen. Natürlich könnt ihr mich auch supporten, indem ihr kommentiert, liked, teilt, eure Discord-Gruppen, alles. Support ist kein Mod. Wir sehen uns. Cianne! én.